Also an diesem Projekt haben in den letzten 100 Tagen, 130 Tagen ungefähr 15 bis 20 Kollegen gearbeitet. Wir sprechen hier ungefähr von 5000 Quadratmeter, allerdings auf mehreren Ebenen. Grundfläche ist roundabout 3300 Quadratmeter. Das ist damit der größte Stand der Hannover Messe. Ich glaube, das Besondere ist, dass wir als Fortsetzung von letztem Jahr, wo wir den unglaublich eindrucksvollen Titan bei uns auf dem Stand hatten, der hier wirklich die Blicke auf sich gezogen hat und eine unglaubliche Medienpräsenz erzeugt hat. Das war natürlich schwierig, das dieses Jahr noch zu toppen. Man kann den Titan nicht toppen, aber wir haben uns, glaube ich, eine gute Fortsetzung überlegt mit den sogenannten Digital Twins, die nämlich auf sehr einfache, eindrucksvolle Art und Weise die Botschaften, die wir hier aus diesem Thema Industrie 4.0 erzählen, übersetzen, wirklich in einer emotionalen Art und Weise, dass auch das Publikum, was nicht ganz so tief in der Thematik drin steckt, das wirklich verstehen, um was es geht. Und diese emotionale Ebene natürlich entsprechend gut auch bedienen. Und das ist, glaube ich, das ist, dass wir in der Kapitelarbeiten machen können. Und das ist nachdem Gäste, der der Kapitel súper kalt, Untertitelung des ZDF, 2020